Look at the start, and here in German, the technical maker. He is from Jet Model Company from Taiwan, 2,35m, and 1,5kg. Well, we have to do this correctly. We are now at the Fugama Vista for RC, Jet Sontal. And here we have a new product of this model from the USA. We have a smaller size, about 2,70m, from the length of the length, the length of the length is 0,20m, but it's not too much, because it was so, it was so, so if you look at the cockpit, Für den Wegschraubkopf, mit 10 Kilogramm Räufe, die Weißverwürdigung der Fahrer. So, dann haben wir da noch zwei Weltkriegs-Holp-Aspuranten aus dem grünen Krieg. So, das Modell der Flugermagister verfügt auch über einen Smoker. Hierbei wird Paraffinöl, die in den heißen Abgasstrahl gesprüht. Ähnlich wie beim Verbrennungsmotor auch den Krümmer. Die Temperatur, die über 500 Grad liegen, ca. 600 Grad. Und dann verdampft dieses Paraffin ehrlich zu einer weißen Wolke. So, als nächstes am Start jetzt der Heinkel Saramander, der sogenannte Volksjäger. Darunter, der nicht gebaut wurde als Fahrholz. Das beendet dann also, wir wollen mich dann nicht weiter mit befassen. Aber bewertenswert ist das Modell, was uns jeder Peter Adolf gezeigt hat. Diese Nähe wird natürlich von Modellbau. Fahrer hier vorgeführt mit einer Beotec Jockey von einer Beotec 1631. Interessante Bauformation. Ein Fahrwerk, also das Fahrwerk ist von Beotec, Entschuldigung. Der Anlieb ist eine Beotec HP 66 mit 80 Jungen. Man merkt schon, wie man die ganze Zeit hier vorne erzählt hat, werden die Fehler schon mal häufiger. Einstiegskreis, 500 Euro. Das ist die Messerschmitt 163. Von Veda Sunshine hier in Modellbau Karger. Die Wingspanne ist etwa 2.80 Jungen. Die Länge ist 163. Die Wicht ist 17.2 Kilogramm. Und das ist die Wingspanne. Kommt, bitte. Es ist ein Dienes. Musik Musik Musik